Hallo meine Foxis, ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's super. Heute habe ich gedacht, mache ich mal ein etwas anderes Video, ein etwas einfacheres Video, aber trotzdem ein cooles, wie ich finde. Und zwar habe ich mich schon immer so ein bisschen für coole Schriften interessiert und wo ich noch in der Schule war und so, haben alle immer meine ganzen verschiedenen Überschriften gefeiert. Und heute habe ich euch einfach mal fünf verschiedene Schriften zusammengestellt, die ihr ganz einfach selber nachmachen könnt. Zum Beispiel habe ich einmal diese Schrift hier, das ist so eine schleibige Schrift. Die würde ich bestimmt cool finden auf so einer Halloween-Postkarte oder allgemein, wenn man zum Beispiel so eine Seite im Halloween-Look gestaltet oder so mit dieser Schrift, weil die irgendwie so ein bisschen gruselig aussieht und eklig. Aber wenn man es irgendwie cuter haben will, könnte man diese Schrift irgendwie auch in so einem Holographic-Muster gestalten. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein bisschen in Pastelltönen mit viel Rosa, Lila und ein bisschen Gelb und so, damit es eben so holographic aussieht. Ich habe schon mal ein Kleid von Ariana Grande gemalt. Und das war eben auch so ein Holo-Muster. Und falls ihr da mal wieder vorbeischauen wollt, dann könnt ihr ja mal gucken. Und ich glaube, so in diesem Muster wäre diese Schrift echt super. So, als nächstes mache ich dann noch ein paar so Schleimtropfen mit in die Schrift rein. Dann mache ich einfach so kleine Wellen rein. Einmal zwei Wellen, eine Welle, eine etwas längere Welle. Und das verteilt sich dann einfach auf den Buchstaben. Und so sehen die ganzen Buchstaben so richtig, richtig schleimig und eklig aus. Als nächstes habe ich diese Schrift hier gewählt. Da habe ich einfach so ein umgedrehtes Meges-Zeichen als W genommen. Also die Buchstaben sind alle nicht ganz so dick wie oben, aber schon ein bisschen dicker. Also so, dass man in die Buchstaben noch ein Muster reinmalen kann. Und das werden wir dann am Ende auch tun. Was ich momentan ein bisschen versuche, wieder zu lernen, ist, ohne Vorzeichnung zu malen. Also solche Sachen mache ich in letzter Zeit ganz gerne, um so ein bisschen an meiner Konzentration zu arbeiten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn man ohne Vorzeichnung malt, mit einem nicht wegradierbaren Stift, dann muss man sich schon ganz schön konzentrieren, dass man halt auch wirklich keinen Fehler macht. Beziehungsweise man muss irgendwie damit zufrieden sein, wie das Ergebnis ist oder irgendwie damit arbeiten können. Und ich finde, das steigert auch so ein bisschen die Kreativität, dass man, wenn man irgendwas versaut hat oder so, dass man irgendwie trotzdem noch was draus machen kann. Und das erinnert mich dann wiederum auch wieder an die Schulzeit. Da habe ich ja immer alles voll gekritzelt. Und immer, wenn der Lehrer irgendwas erzählt hat oder so, habe ich die ganze Zeit nur irgendwelche Doodles in meine Hälfte reingemacht. Irgendwann haben es die Lehrer aufgegeben, mich da zu ermahnen oder mir zu sagen, dass ich aufhören soll oder so. Ja, weil ich es trotzdem immer wieder gemacht habe. Und ich habe ja trotzdem auch zugehört. Ja, die Lehrer hatten es nicht leicht mit mir, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich für manche von euch vielleicht total brav wirke oder so. Aber brav war ich nicht. Ich war trotzdem so ein kleiner Lehrerschreck, würde ich sagen. Beim nächsten Wort habe ich mich auch so ein bisschen inspirieren lassen von Tumblr und so. Und da steht auch viel Wi-Fi und das Ganze. Und ich bin ja irgendwie schon so ein bisschen Wi-Fi-addicted, obwohl ich das nicht so gut finde. Aber seien wir mal ganz ehrlich, so ein bisschen internetsüchtig sind wir doch alle. Und ihr seht, ich mache in die Buchstaben so verschiedene Muster rein. Vor allem so Zick-Zack-Muster und so verschiedene Schlaufen und manchmal auch so eine durchgezogene Linie und sowas. Und das sieht so ein bisschen, ja, so Indianermäßig aus oder so Bohemien oder so. Und wenn man die ganzen Buchstaben voll damit macht, dann sieht es auch ziemlich cool aus. Man kann die Buchstaben natürlich dann auch im Nachhinein noch ausmalen mit einer etwas helleren Farbe, damit man natürlich die Muster noch durchsieht. Oder man könnte die jetzt komplett gestreift machen innen drin. Also wenn man die jetzt so ganz bunt gestreift ausmalt, sieht das bestimmt auch richtig cool aus. Oder so ein mega schöner Farbverlauf wäre bestimmt auch sehr, sehr schön. Ich habe das jetzt alles extra nicht ausgemalt, weil ich einfach so ein Basic-Video haben wollte. Auch für mich so als Inspiration, wenn ich in nächster Zeit öfter was in meinem Bullet Journal mache oder so. Um rauszufinden, was mir Spaß macht und was ich schön finde. Und auch für euch so als Basic, falls euch das nicht so einfällt, was man für eine Schrift nehmen könnte, für irgendeine Überschrift oder irgendein Wort, was ihr besonders hervorheben möchtet oder so, dann könnt ihr einfach zu diesem Video zurückkommen. Wenn ihr zum Beispiel in eurem Bullet Journal oder in eurem Tagebuch oder sowas so eine Sommerseite habt, da passt zum Beispiel dieser Bohemian-Schriftzug gut hin oder eben der Schleim-Schriftzug zum Halloween oder sowas. Die nächste Schrift ist auf jeden Fall sehr einfach, aber sehr, sehr wirkungsvoll. Und zwar macht ihr als allererstes erstmal die Buchstaben. Ich habe jetzt solche Buchstaben genommen, ich habe die ein bisschen dicker gemacht. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, dass sie besonders gleichmäßig sind, aber auch nicht zu verspielt. Also ihr seht es ja, ich habe jetzt da kein Lineal dafür benutzt oder sowas. Ich schreibe jetzt einfach mal Hey. Und das Coole an der Schrift, die sieht jetzt total langweilig aus, aber die wird noch richtig, richtig cool. Und bevor ich das mache, werde ich noch jemanden von euch grüßen. Und zwar grüße ich heute Lailas LP-Welt. Hi, danke, dass du meine Videos anschaust. Und ja, ich grüße dich. Und jetzt kommen wir zur Magie dieses Schriftzuges. Und zwar wähle ich jetzt einfach mal eine Stelle, wo ich einen Punkt mache. Ich habe jetzt eine Stelle genommen, die ein bisschen weiter weg ist, aber natürlich nicht zu weit. Und dann verbinde ich einfach Eckpunkte, die jetzt zu diesem Punkt hin zeigen. Also ihr seht, ich lasse den Schriftzug komplett leer. Also ich mache die Linie nicht durch den Schriftzug durch, sondern ich nehme einfach die Punkte, die sich so verbinden lassen. Ohne dass ich jetzt den Schriftzug sozusagen berühren muss. Irgendwie finde ich das ziemlich schwierig zu erklären, aber wenn ihr das seht, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Ich finde, wenn man dann fertig ist, dann sieht es so aus, als würde das Hey von irgendwo weiter weg nach vorne springen. Oder so nach vorne sliden, wenn ihr versteht, was ich meine. Also vom Punkt aus nach vorne. Und natürlich könnt ihr den Punkt auch oben hin machen, unten hin machen oder auch nach rechts machen. Je nachdem, wie das jetzt zu eurer Seite, die ihr gestalten möchtet, passt. Ich habe bei dem Schriftzug jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Und falls dir der Fehler auffällt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Aber ich habe gedacht, das ist nicht so schlimm, weil eben es mir jetzt in diesem Video darum ging, dass ich die Idee teile und nicht, dass es irgendwie perfekt sein muss. Weil ich habe momentan so ein bisschen ein Problem damit, dass ich mich zu sehr unter Druck stelle und irgendwie alles immer perfekt machen möchte oder so gut wie möglich. Und ja, irgendwie macht mich das nicht besonders glücklich. Und deshalb muss ich andere Wege gehen. Ich muss versuchen, Dinge zu machen, die mich ein bisschen challengen, aber wo ich mir eben nicht zu sehr Druck mache. Weil sonst hat das Malen und das Kreativsein und so für mich den Sinn verfehlt. Denn es soll mich ja irgendwie locker machen und mich entspannen und sowas. Aber wenn ich mir immer dann Gedanken darüber mache, wie das Ergebnis am Ende ist. Ich möchte euch halt immer ein besonders kreatives Video abliefern. Aber desto mehr man sich Gedanken darüber macht, desto mehr man sich den Kopf darüber macht, desto schwieriger fällt es einem. Und ich glaube, selbst so Kleinigkeiten mögt ihr. Und das reicht euch vollkommen aus, wenn ich auch mal so Kleinigkeiten poste, wie jetzt zum Beispiel die Schriftarten und so. Wenn ich einfach mal ein paar Schriftarten übe und ausprobiere und so, dass ich das mit euch teile. Das milkt ihr auch sehr gerne, habe ich das Gefühl. Und deshalb werde ich das in Zukunft auch öfter machen. Die nächste Schrift ist so ein bisschen easier wieder. Und sie erinnert mich auch so ein bisschen an die zweite Schrift, die ich gemacht habe. Nur ist sie, finde ich, noch ein bisschen leichter zu machen. Und zwar habe ich jetzt einfach mal ein ganz normales, dünnes H geschrieben. Ich schreibe in letzter Zeit komischerweise immer gerne mit Großbuchstaben. Wie ist es bei euch? Schreibt ihr mit großen und kleinen Buchstaben oder nur mit Großbuchstaben? Als nächstes kommt das Besondere an der Schrift. Und zwar mache ich so im Wechsel oder beziehungsweise die Buchstaben, die ein Loch in der Mitte haben, mache ich dann als Kleinbuchstaben und in so richtig Fett und mache da auch kein Loch rein. Denn ich werde diese Buchstaben einfach wieder komplett ausfüllen mit einem Muster. Ich habe dafür wieder so ein Bohemienmuster gewählt wie unten. Aber ihr könnt da auch ein anderes Muster reinmachen oder die in irgendeiner Farbe ausmalen oder sowas. Je nachdem, was jetzt passt so vom Muster her. Ja, also diesen Schriftzug würde ich halt nehmen, wenn man irgendwas Sommerliches macht oder irgendwas Frühlinghaftes, Verspieltes. Ja, das ist so ein bisschen so eine Adventure-Travel-Schrift irgendwie. Die nächste Schrift ist so ein bisschen einfacher gehalten, aber ich finde, die Schrift geht einfach immer. Und zwar schreibt man einfach wieder so Buchstaben. Da kann man natürlich verschiedene Schriften dafür nehmen. Da muss man nicht unbedingt diese Blockschrift da nehmen, die ich jetzt genommen habe. Ich habe da jetzt auch wieder nur Großbuchstaben genommen, aber man kann natürlich auch Groß- und Kleinbuchstaben machen. Und das Besondere an dieser Schrift ist, dass wir sie so 3D-mäßig machen. Ich glaube, die meisten von euch kennen diese Schrift auch schon, aber für diejenigen, die sie jetzt noch nicht kennen oder beziehungsweise für diejenigen, die diese Schrift noch nicht so auf dem Schirm hatten oder so, ist das jetzt einfach mal so eine Idee. Ich habe mich jetzt für den Schriftzug HH entschieden. Wenn man zum Beispiel irgendwas Witziges geschrieben hat oder sowas, dann kann man zum Beispiel diesen Schriftzug irgendwo mit einfügen. Ja, also jetzt kommen wir auch schon zu dem Besonderen beim Schriftzug. Und zwar machen wir jetzt von den Ecken aus immer zu einer Seite so ein Strichlein hin. Also seht ihr das? Immer so einen kleinen Strich. Dann muss man die Striche einfach so verbinden. Und dann sieht der Buchstabe auch sehr 3D-mäßig aus. So, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, die etwas andere Art von Video hat euch jetzt auch gefallen. Und falls ihr noch mehr von solchen Videos sehen möchtet, wenn ich so Schriftzüge mache oder vielleicht, wenn ich ein paar so Icons mache, die man so in seinen Planner mit einfügen kann oder eben in seinen Bullet Journal oder so, dann ab in die Kommentare damit. Dann werde ich vielleicht auch mal so ein Video machen. Und allgemein bin ich sehr offen für weitere Video-Vorschläge. Also einfach in den Kommentaren auslassen. Jo, also ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!